ich habe noch kohle da sind auf jeden fall die die schächte hier links im auto schauen wo bist du da dreht hier das gold ist gold das aussieht naja er ist noch lava riesige oder ist jemand trotzdem noch die blöden kerne kriegen geht es hier noch irgendwo hin es ist ja ein riesiger lavasee hier um hier hoch ich glaube da sind wieder spinnt zumindest hier sind wieder dings weil ich komme den anderen weg obwohl er will ich am weg dann keine ahnung ich bin irgendwie über dir gerade wo bist du denn ich komme hinterher jetzt wo waren spinnen ja weiß ich nicht du bist hier angegangen die blauen spinnen oder was naja ich habe sie nur gehört also ich dachte da hinten waren zumindest wieder dings also minstreich ist nichts ja dann herr wird dann kommen ich will gerne mal gucken das ist interessant aus ich weiß jetzt nicht wo du bist bist du denn ich komme zurück ich sehe dich nicht wo bist du denn jetzt ich bin hier irgendwie weiß ich nicht bei dem lavasee ich weiß nicht wo du bist da ja da bist du dann lass mal wieder zurückgehen hier komm mit komm mit jetzt komm mit ich sehe dich nicht hinter dir hier unten hier sind wir nicht von hier sind wir nicht gekommen von wo denn dann von warte hier von hier und dann hier weiter oder was folge mir so hättest du das wasser mal weg machen können hättest du du warst doch hier ja mein ich ja hätt ich ja auch was machen können oh Gott ist doch doof ja das da ist aha wohl da oben ja das geht ja das geht ja so hier oben sind wir haben ihn oh spinne das sind aber die blauen ja das ist ja verrückt ne das ist spawner da oben ich hab kein schwert doch jetzt oh Gott achte das fiel ja hier ist spawner da da braucht man jemand ein schwert oder so nee oder na ich versuch's nochmal ok da ist eine hinter uaaah ne kollegisch spitzschuh so jetzt versuch's nochmal so mal gucken es müsste doch eigentlich gehen die dinge abzubauen oder bin ich blöd ne ne ist ja komisch zumindest nicht so sollten wir mal googeln vielleicht vorher ohja beim nächsten mal hier ist noch eine spinne irgendwie die hängt hier drin hä siehst du die hier auch ja ja die hängt hier irgendwo und die war klein oder war so eine mini spinne ne ich war klein aber auch so oh hier ist noch einer war es noch ein spawner ja ja den google erstmal bevor wir jetzt da wieder ja gut kannst du mich verteidigen ja ja ich glaube hier stehen ok nom 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 ich bin doch nicht blöd entweder bist du blind auf bei mini spinnen hier ohne witz ja ja lass mal gucken hast du was gegoogelt ich will schon wieder das abbauen weißt du ne ja ich bin gerade so frei ach so man muss so ein addon haben singleplayer das hatte ich damals das heißt man kann die nicht abbauen ja ne genau ok sie müsste die ja cheaten steht hier überall alles klar dann kann man die schade eigentlich weil er hier so viel war das denn echt diesen sind die kleine ne doch doch das stimmt kleine babys hier ach nervig ne hätte kein schwert doch weil die so rumwaggen ja dann lass uns mal ne kiste suchen ich will jetzt endlich endlich mal dieses blöden Samen finden die stehen hier irgendwie hinter den hinter den holzdingern immer ne wo normalerweise oh gott wo bist du ich darfst uns gleich wieder verlieren in eine andere Richtung gegangen glaube ich ich komm zu dir das ist klar boah es sich dir abgedreht aus meine Güte wo bist du denn lang ja ich komm ich seh glaube ich deinen Namen ja ist die Film ok runter gott wo bist du denn lang bist du irgendwo ganz anders lang hä ach da bist du lang ach da bist du lang da ist noch ne Spiegel Alter ist das geil wie so ein Treppen kommst du mal her ja warte nach da ja hier so Treppen da hinten sind noch mehr ich laber ist kurz boah hier ist dieser laber boah wie tf wir mal weiter runter gehen waren wir da nicht eben war das nicht da ja ich glaub ja kommst du zurück ne 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 das ist ein anderer ja Kontroll das ist auf jeden Fall ne ne das ist ein anderer alter sch wo musst du denn lang lass mal hier runter gehen weiter irgendwo war ich da noch eine Treppe bin ich doof komm mal her hallo äh ja naja da da ich will das nicht so du war das nix muss ja irgendwann mal eine Kiste sein das kann man nicht angehen oh hier ist es sieht abgedreht aus hier kann man es einmal rüber bauen sonst oh geil da oben ist ein Enderman ne zwei sogar ah toll scheiße ähm weiß ich nicht warte mal da ist irgendeine Spalte das ist aber auch nichts sehr komisch hier alles ja ja weiß ich nicht wir können uns ja ich hab fast keine Items mehr das ist also ich hab nicht mehr viel müssen langsam mal zurück ja ok dann suchen wir jetzt irgendwie noch ganz schnell eine Kiste und dann hier geht es auch nicht weiter, ne? wo lang lass mal wieder zurück ah ne zurück kommen wir noch nicht scheiße und dann mal rüber so dann mal rüber ja ja irgendwie wie machen wir das denn ohne dass es brennt ich hab Steuern sonst ja dann mach du das dann geh du weg dann mach du das ich hab hier nochmal kurz das Eisen wo Enderman geht los in Ruhe Enderman da sind Diamanten aber da kommen wir nicht so gut hin jetzt da ist ne Kiste ja oh ja das hat sich ja doch gelohnt super super neun Kohle und drei Eisen scheiße hast du Platz für das Eisen nicht? aber ich schmeiß das weg ich hab Platz egal weiß egal toll ich muss da noch irgendwie ne Kiste sein die Lügen ähm jörg 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 das ist schon wieder Spinnen ja nicht nur du oh nein die ist wieder ein Dings Spawner? ja glaube ich das sieht auf jeden Fall aus wie so viele Spinnenweben ja da hinten ist einer oder es ist derselbe ja ich ne ist nicht der ja ich hab ihn kaputt gemacht ja hast du ihn kaputt? ja irgendwann ich hoffe da kommt jetzt keiner raus hehehe so viele Spinnenweben die sollten sich durchkämpfen aber da gehts auch nicht weiter oder? naja wo ist denn erstmal hier den? ne das ist aber echt komisch das ist auch kein Dungeon oder so wir haben ja wir haben in der pre-release hatten wir ja 10.000 davon ja das war ja übertrieben oder das Diamant ach das hast du eben ja das hab ich schon gesehen ne wollen wir da mal runter? hehehe oh nein da oben gehts noch weiter siehst du das? da oben ist das so ein Holzding oder so Liriken soll ich mal bauen oder das? ein bisschen wir gehen hier irgendwie mal runter aber na ich will nicht in die Lava fallen boah die ändern mir nicht über Angst boah ich darf sie bloß nie angucken hehehe ich hab keine Fackeln mehr du 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 oh nein kein Stein hab ich noch Stein? ja hab ich oh noch ein Luke gehen wir da hoch ne? wo die wo die Holzdinger da sind wo ist denn das Holz? ich sehe es gar nicht hinter dem Wasserfall sozusagen oh Gott oh nein NEIN was denn? ich werde vom Wasser weggedrängt weggedrängt oh nein ja warte da ah nein oh 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 nein jetzt bin ich unten ne ich komm wieder hoch oh nein ne jetzt mal rein so als komm ich heute zu den Diamanten das ist gut ja gut jo oh ich hier schon mal weiter es hat Stein abgedrängt hier ein bisschen ok soll ich hier wieder hochkommen? ja aha wie viele waren es? hier mannen? nur nicht viele oh ist das riesig hier ne? da bist du huah ah genau hier sind wir wieder oh mein Gott wollen wir hier weiter gehen? geh du mal vor ich hab keine Fackeln jetzt keine Fackeln warte mal ja ich hab noch mal 10 wie viel verbrauchst du denn? hier ist nix toll ah scheiße ja weiß ich nicht warum wir denn ich hab ja nicht kann auch kaum noch Platz und keine Sachen mehr eigentlich wollte ich ja diese blöden Kürbisse ja aber anscheinend gibt's ja keine ja dahin gehst dann weiter ne? nicht weit und hoffentlich ist dann eine Kiste mit endlich mal was sinnvollen sollen ich glaub ich hab die Fackeln nicht angesammelt die du weggeworfen hast echt? ach nein ja warte sonst mach ich was ist dat denn hier ey? das Gold das ist auf jeden Fall sehr mysteriös hier oh und mehr Gold sogar ohja es geht aber nicht weiter wir können hier sonst mal ja lass doch mal hier äh warte mal das sieht doch ja komisch aus oder ist das nur ein bisschen Holz das hier drin steckt achso ne ne das ist ich weiß ich hab keine Pike mehr ich brauch noch eine ich hab noch drei Stück ich vor dir ah hier geht's weiter ok ohja das sieht schon wieder nach ich bin... oh Gott hier ist so viel oh was hast du denn? da warum ist hier so hell da war ich hab schon wieder was oh das ist... oh hier geht's guck mal hier guck mal hier runter ja ja hoch geht's glaub ich auch oh wie heftig oh hier sind... da hat ein Zombie oder sowas Zombie Creeper alles alles dabei oh nein oh sie tot vielleicht hau das so ein Creeper ne... unsere Kiste kaputt oder so äh was was geht denn... ja genau das wäre ja noch der Knall oh hier ist schon wieder ein Spawner also wenn... mach ich nochmal schnell kaputt geht's auch noch weiter ah da kommt einer raus gerade natürlich jetzt klippst du oder das? ne... mach ich hier nochmal gucken das ist ein Zombie mach den blöden Spawner nochmal kaputt oh er ist so viel ne ich weiß jetzt auch nicht wo du bist ne... mit der Leine rumlaufe hier oh Gott Zombie wir gründen das hier mal selber äh... also nicht zusammen, sondern ja... dass wir da schnell mal eine Kiste finden weiß man... Zombie ich bin halt eine Talel über dir irgendwie ja? was das denn hier? was ist das denn? das ist ja komisch das kann man schnell her ich weiß nicht wo du bist aber ist hier auch den Namen? doch da! bleib mal stehen wie hier rund geh mal... ja? komm mal jetzt? nein? äh... andere Richtung? ne ich hör dich doch, warte mal du bist irgendwie unter mir auf jeden Fall ja ja... wo bist du denn jetzt? jetzt seh ich deinen Namen nicht mehr hä? wo bist du denn jetzt? komm, ja warte ich seh dich nicht mehr ja warte das soll hier irgendwo sein ja, ich bin gleich bei dir ja, ich bin gleich bei dir da oder? ne doch nicht glaub jetzt bist du komplett falsch, oder? ne ne ich hab hier so'n ganz komischen Raum entdeckt gerade ich hör dich doch wasser oder so da warte ich hör auch wasser du bist im wasser? so jetzt geh ich nochmal hier lang hier ist er spawner hier ist er spawner hier ist er spawner da warte ich hab irgendwie deinen Namen grad ne jetzt ist er wieder weg was ist denn los? doch da bleib stehen bleib stehen bleib stehen jetzt seh ich ihn he ja komm mal mit so was ihr wahrscheinlich keinem wo das war äh das war glaube ich ähm guck mal das hier allein dieses hier ist auch komisch riesig was ist das denn? ach nochmal und dann hier genau hier ist es guck dir das mal an hier sieht total komisch aus, oder? ja lass mal graben ist hier vielleicht ein Dungeon? ne ne das ist aber nur Sand ist voll komisch nur hier nochmal oh guck mal oh ja hier gibt's noch hä hier war immer dieses dieses doppelte diese doppelte Tür weißt du? ja die hatten ja schon öfters ne doppelte ja aber hier sind ja äh facken hier waren wir auf jeden Fall ja ja ich glaub wir finden auch keine Kiste mehr, oder? hier sind wir runter, ne? ja ok scheiß ne, wir graben uns dann ein bisschen jetzt hoch und dann ja das ist natürlich doof oder ich geh halt mal alleine gucken nach einer Kiste weil das die jetzt die ganze Zeit hier unten rum lungern zu zweit, oder? ja fragst du dir die alte Kiste? ja dann hochgraben hier einfach? ja, würd ich sagen ok hast du das, oder soll ich? kannst du ja machen, in der Fall ich guck das nochmal schnell hier in der Gegend aber ich denk mal nicht, dass hier irgendwas ist ne, die Kisten sind doch selten aber schade, dass da so viel Müll ist wenn die so selten sind, könnte da ruhig was besseres sein, oder? ja zumindest die Samen, oder so aber so ist das eben ja ich hab keine Fackeln, das ist doch herrig das Leben ist kein Wunschkonzert korrekt ich würd sagen, wir machen hier auch schon mal Schluss und manche wollen wir uns ja erstmal hoch der Rückweg ist ja nicht so spannend, oder? ach so ja, das dauert glaube ich nicht lange, oder? ah, man weiß es nicht ja, dann mach ich nicht Schluss du hast dich durchgesetzt ja ja so dann fangen wir jetzt auch an mit dem Bauen, würde ich sagen, ne? also richtig unser Haus mal auszubauen ja das denke ich auch ich hab schon so ein Tier schon einige Rohstoffe gefunden auf jeden Fall what the fuck mich jetzt auch voll erwischt ah ja ja, geht weiter ich bin hier hoch lass mich hier hoch lass mich hier raus wie, welche Höhe haben wir jetzt? Höhe 42, müssen wir gleich oben sein ich könnte das hier hier mal markieren, ist auch blöd ja, jetzt können wir die Koordinaten hier mal einen Screenshot machen ja was ist das denn hier? öh da geht es mal aus, glaube ich oh Gott oh oh nein, man oh nein, man wir kommen nicht durch weil er drei Blöcke groß ist, oder? eine Perle eine Perle kriegst du die mit? ich nehme die sonst zack so äh wir sind hier hoch hier hoch weiter graben ich will hier mal kurz gucken ja oh nö, hier ist nichts tolles kramen wir weiter hoch ja boah schön Schiss, dass ich hier nicht rüberkomme da liegt den Stick ist weggeworfen ist weggeworfen wieder hingeworfen ja ist noch Fackeln zwei okay hier ist wieder hier ist wieder hier ist schon Sand und so und oh nein hier ist Wasser über uns ja und? ja, aber das drückt uns doch runter ja ne das ist so reiht das kriegen wir so hoch ja ja sicher? ich bin nicht ertrinken also ich bin oben oh Gott na gut, das geht äh, ist nacht? ja so jetzt müssen wir jetzt unser Haus weiß ich nicht, wollen wir sonst erstmal Pause machen? ja alles klar bis dann